hallo und herzlich willkommen hier bei new german reviews heute mal wieder mit einem neuen video heute mal wieder mit hitman und heute gehen wir mal nicht irgendwie einer gelegenheit nach sondern wir machen ein schwer zu fassendes ziel der ex zichtator Er nimmt keine Risiken mit seiner persönlichen Sicherheit, also erwähnt sein Sicherheits-Team, um alle möglichen Begründungen zu verabschieden. Der Kloch ist 47, guter Glück. Wo ich ganz sicher auch hingehe. Deswegen, wo gehe ich ganz sicher hin? Ich kann ganz sicher dorthin. Was nehme ich denn da mit? Ein Taser? Ne. Machete? Schlagstock? Dietrich wäre ganz... Oder nehme ich Dietrich mit? Moment, ich muss erstmal gucken, wo ich spawn und was ich mitnehme als Waffe. Als Waffe nehme ich die hier mit. Münze, safety. Also safe. Stimmt, da kann ich auch noch gucken, wo ich spawne. Wo möchte ich spawnen? Ich kann glaube ich am besten... Verkleideten Himmel... Ne, als Wache kann ich am besten sein. Ich verkleide mich als Wache. Dann kann ich da schon mal nicht mehr hin. Dann kann ich dorthin und dorthin. Gehe ich auch dorthin. Nehme ich Dietrich mit. Nehme ich Dietrich mit? Ich nehme Dietrich mit. Okay. Ich bin gerade überlegen. Nehme ich noch einen tödlichen Pulle mit? Ja. Okay, mal keine Klavierseite. Schwer zu erfassendes Ziel. Dieser Auftrag ist ein schwer zu erfassendes Ziel. Beim Spielen von Aufträgen dieser Art gelten folgende Regeln. Der Auftrag muss begonnen werden, bevor der Countdown abgelaufen ist. Nach dem Tod von 47 kann der Auftrag nicht wiederholt werden. Nachdem der Auftrag erfolgreich abgeschlossen und verlassen wurde, kann er nicht wiederholt werden. Sobald sie angefangen haben, die Einsatzziele abzuschließen, kann der Auftrag nicht mehr von vorn angefangen werden. Planen sie dementsprechend. Das habe ich gerade eben getan. Speichern ist während des Spieles... Oh. Speichern ist während des Spieles von schwer zu erfassenden Zielen nicht möglich. Die Einsatzbesprechung kann weitere Sicherheitsbedingungen enthalten. Okay. Let's do this guys. Ich glaube nämlich auch, dass wir keine Gelegenheiten haben. Und ich kann auch keine Gelegenheiten in Folge machen. Ähm. Interessant. Das ist mein erstes Mal. Hohoho. Mhm. Okay, ich kann nicht speichern, ich kann gar nichts machen. Deswegen, jeder Stat muss dreimal mindestens nachgedacht werden. Okay. Dann wollen wir mal, wa? Willkommen in Bangkok. Dankeschön. Das ist schon mal gut, dass sie... Ups. Ist ja gerade kurz... Oh, ist ja gerade kurz gelabt. Ähm. Ähm. Schon mal gut zu wissen, dass sie einen... ...Tisch haben. Weil... Ähm. Hier komm ich nicht rein. Scheiße, warum hab ich keine Code-Karte? Glebe? Keine Code-Karte dann dafür. Ähm. Warum das gut zu wissen? Es ist einfach so, ich kann vielleicht das Essen vergiften. Hier hole ich mir meinen Agenten-Pickup. Wo hole ich meinen Agenten-Pickup? In der Schilette? Ach, Dietrich. Ja. Ah, ich hatte natürlich ein Polizum mit. Scheiße, ich dachte schon so, what? No. Sie sind nicht da. Es wurde auch ein Tisch für zwei reserviert. Als Koch wäre ich nämlich jetzt natürlich perfekt. Genau. So ein Tisch für zwei. Genau. So, hier dürfen wir sitzen gleich. Denk ich mal. Wenn hier alles besetzt ist. Und die sind glaube ich noch nicht da, richtig? Guten Tag. Darf ich hier hin? Ich darf hier hin. Ich habe jetzt zwei eine Silent-Pistole mit. Schnauze, Schnauze, Schnauze Ich verkleide mich mal eben als Koch Oder Kirchenpersonal Beziehungsweise ich Ich habe ja noch Ich habe noch Zeit Es ist gut zu wissen, dass du da was essen Weil vielleicht kann ich denn das Essen für hier viel Okay, jetzt erkennt Da mich immer noch der eine nur Der gar nicht im Kopf Gut, super Ich erkenne mich leider zu viele Guten Tag So Okay Jetzt bin ich im Koch Gar nicht mal so schwer gewesen Wo sind jetzt die Schwer zu Wo sind jetzt die Dudes Okay, wir werden also nicht mit Schiff anreisen Deswegen denke ich mal Irgendwie mit Helikopter oben auf dem Dach Und dann kommt doch Schwer zu Das ist richtig Okay, komm Okay Okay Okay. Ah! Ähm... Was wollt ihr euch schon vorher glaub ich mal zeigen? Moment. Ich habe meine Freundin letzte Woche und ihr wisst was? Sie denkt... ... dass ich mich nicht mehr verletzeihe. Sie machte Angst, weil ich weiß, dass sie mich so richtig verletzt hat. Und wenn sie alle wissen, dass ich mich nicht mehr verletzeihe. Ja, du... Was sagst du? Ich bin sicher, aber ich bin sicher. Ich glaube das sollte irgendwie eine Anlegung an Trump sein, das hier. Der, ich glaube der sagt immer nochmal... ... I'll make irgendwas... ... red again. Ich habe was. Ich habe was. Ich habe was. Hä? Wo bleiben die denn? Oh, wieso? Ich kann nicht mehr starten. Kann ich. Guten Tag. Da ist ein Schiff. Ich bin gerade überlegen, komm. Oh, danke. Ich bin nicht gut zu sehen, aber... ... äh... ... ich denke, ich werde einfach mal sehen, wie ich mich... ... du weißt... ... du weißt... ... als ich das gerade gesagt habe... ... ich bin in der Welt... ... und die Leute wollen mich... ... und die Leute wollen mich... ... ich kann eine alte Stadt in Südamerika... ... und die Leute werden mich immer noch lieben... ... und du willst wissen, warum? ... weil ich bin super. Es ist so einfach. Oh, das ist die Ärsche. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich kann es ja voll. Eine Tonne kloppen die Leute hier. ... und ich weiß... ... was ich weiß... ... was ich weiß. Hey, du schickst die neue Seite... ... bis heute Abend... ... haben sie gefunden... ... und sie haben den Betrachter... ... kamen. Nein, ich habe... ... sie haben... ... also du weißt... ... was passiert... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich... ... ich weiß es nicht, wann die kommen. Ich bin jetzt gerade am überlegen... ... habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich wünsche dir... ... und irgendwann müssen die ja... ... hier vorbeikommen... ... oder nicht. Wie bitte? Hm... ... ich glaube ich... ... auch noch mal... ... irgendwann... ... ich kann den ganzen... ... richtig vergiften... ... ja... ... das ist äh... ... ganz schön... ... nervenaufräumt hier... ... ich weiß nicht... ... vielleicht habe ich es... ... schon gekattet... ... äh... ... äh... ... ja... ... wird mich vielleicht auch die... ... die... ... genaue Dings nicht... ... gezeigt... ... die... ... äh... ... Position... ... hey... ... äh... ... gehst du... ... und guckst... ... einen dieser... ... franzigen... ... franzigen... ... äh... ... äh... ... wäre mir die auch... ... einfach nicht angezeigt... ... wo ist Gürgen... ... ba da... ... wow... ... wow... ... ne... ... mhm... ... ok... ... ist eigentlich im Raum... ... immer noch jemand... ... was ist das da... ... keine Ahnung... ... ja... ... ja... ... ja... ... ich kann hier auch nicht rein... ... ne... ... ne... ... ok... ... schwer zu erfassen... ... äh... ... Ziele sind schwer zu erfassen... ... merke ich jetzt gerade... ... naja... ... guckst mich nicht... ... und... ... wieder weg... ... so... ... ich geh jetzt noch mal... ... in die Küche... ... einfach nur... ... weil ich... ... eben... ... mich wieder als Dings... ... verkleiden möchte... ... so... ... dort... ... da kennt mich keiner groß... ... genau... ... ach... ... ach... ... der ist hier... ... so'n... ... so'n... ... C... ... Promi... ... Z... ... whatever... ... ... ... ... ... aber... ... du siehst... ... ein bisschen komisch aus... ... blablabla... ... ist mir egal... ... du siehst... ... auch komisch aus... ... ok... ... hau'n sie rein... ... ich geh wieder arbeiten... ... so... ... wo... ... wo... ... wo muss ich denn... ... hä... ... wer hat zwar auf... ... was ne Ziele sind... ... guten Tag... ... guten Tag... ... hey... ... hey... ... du bist unter Arrest... ... bleib bei mir... ... mach's... ... mach's... ... nein... ... ich hab's verkackt... ... nein... ... helf... ... hm... ... ... nein... ... meine Maus... ... spiel den Tramp... ... so... ... nein... ... ... scheiße... ... 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 Ich will nicht spielen. Also, komm raus! Die Situation ist noch nicht in Ordnung. Wir sind nichts und wir sind alles okay. Aber jetzt brauchen wir eine Kooperation! Danke! Was bist du, huh? Nichts hier. Okay, fuck. Ich bin richtig am Arsch gerade. Ich bin gerade richtig am Arsch. Scheiße. Was war ich denn jetzt? Ich kann nicht speichern und ich habe gerade einen großen Fehler begangen, weil ich da einfach reingegangen bin. Und ich wollte ja gar nicht reingehen eigentlich. Und die erkennen mich alle. Das ist doof. Kann der denn nicht weggehen? Das wäre super, wenn der da weggehen würde. Es tut mir leid. Du musst extra nochmal nachgucken. Okay, jetzt bin ich halt so einer verkleidet. Ob es jetzt gut war? Keine Ahnung. Ob es irgendwie sinnig war? Ich weiß es immer noch nicht. Hier durfte ich gar nicht hin. War ich denn da oben hin? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum? Warum? Oh. Sind die jetzt eigentlich da? Ja, aber warum ist denn so viel Security? Hm. Ich versuche hier jetzt nochmal hoch zu gehen. Vielleicht ist der da ja. Oder sind die da ja? Meine Mauss springt gerade irgendwie rum. Ähm. Das wäre nämlich schon erstmal super. Jetzt ist so einer da. Wie fand ich? Super. Hier komme ich nicht rein. Nein, ich habe keine Code-Karte. Moment mal. Jetzt bin ich hier drin. Guten Tag. 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 Da ist sie doch. Da sind die beiden. Hier sind die beiden. Okay, hier sind die beiden schonmal. Ich überlege gerade. Wenn ich jetzt einfach davon ein paar töte und hier einfach rausrenne. Klappt das? Hat da jemand eine andere Verkleidung? Der hat eine andere Verkleidung. Okay. Ich versuche den jetzt. Ich versuche einen von den beiden. Oder beide. Egal. Hier hin zu locken. Ich habe ja eine Münze. Beziehungsweise. Ich kann die Münze ja wieder aufheben. Okay, der Richtige kommt. Der Richtige kommt. Super. Ist jemand da? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So sehs mal um, den zu ne. Nau denn hisli ... Wat? Scheisse. Scheisse. Strafticht oxen! F***, 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 F***! Halt deinen Feuer! Er hat geschehen! Er hat geschehen! Ich kann nichts anderes tun, als einfach zu schießen, Leute! Ich kann jetzt nichts anderes machen. Okay, scheiße Nein, warum war die Tür noch auf? Ich dachte, die Tür ist zugegangen Ich hab's fast geschafft Nein Oh, wie ärgerlich ist das denn Fehlgeschlagen, scheiße Okay Ja, das war mein erstes Schwer zu verfassendes Ziel Äh, ja Schade Ich hab's gerne geschafft Ich hatte die Frau schon tot Nur leider ist die Tür nicht zugegangen Beziehungsweise ich hab zu schnell reagiert Beziehungsweise die Frau hat die Leiche gesehen Ich hätte die Tür direkt zu machen sollen Und die Leiche ein bisschen anders verstecken sollen Ja, egal Auf jeden Fall, wenn's euch gefallen hat Könnt ihr euch den Daumen hoch geben und so weiter und so fort Haut rein Als nächstes kommen jetzt sicher die Gelegenheiten Haut rein, bis zum nächsten Mal Tschüss